Auf den letzten Drückerlernen ist wirklich kein idealer Weg, sich auf eine Klausur oder Prüfung vorzubereiten. Aber da du hier bist, heißt das vermutlich, dass du morgen oder in ein paar Stunden schon eine Klausur schreibst. Also konzentrieren wir uns darauf, wie du deine Zeit optimieren kannst. Wie lernst du effektiv und schnell für eine Klausur? Ich verrate dir heute ein paar Strategien, wie du schnell noch ein wenig Wissen in dein Köpfchen bringst. Dass grundsätzlich eine langfristige Vorbereitung sinnvoller und auch deutlich stressfreier ist, muss ich dir sicherlich nicht sagen. Strategie Nummer 1 Probiere es mit der historischen Technik des Gedächtnispalastes, auch Gedankenpalast oder Memorypalast genannt. Ursprünglich entwickelte sich diese Technik aus der Lokioruten-Methode der antiken römischen und griechischen Rhetorikschulen. Diese Technik nutzt das Assoziieren von Ideen, an die du dich erinnern möchtest, mit einprägsamen Orten, wie beispielsweise deinem Zuhause. Grundsätzlich geht man dabei so vor. 1. Plane eine Raumstruktur passend zu den zu lernenden Infos. Schmücke dann dein Palast mit ein paar Details. Schaffe verschiedene, unterscheidbare Räume. Häufig nimmt man dazu sein eigenes Zuhause, seine Wohnung oder etwas Bekanntes. Im zweiten Schritt visualisierst du diese Räume und verknüpfst sie mit einem Thema. Beispielsweise, wenn du das Periodensystem lernen möchtest, könntest du jedem einzelnen Raum zu Hause eine Hauptgruppe zuordnen. Im Schlafzimmer die Edelgase, im Bad die Halogene und so weiter. Im dritten Schritt versiehst du die Räume mit einzelnen Logis, die jeweilige Informationen darstellen. Also nochmal am Beispiel des Periodensystems würde ich das Bad so gestalten, dass ich darin also die Halogene verteile. Das Jod im Medizinschränkchen, das Chlor logischerweise im Wasser der Badewanne, Flora ist in der Zahnpasta, Brom steht in einem braunen Fläschchen neben dem Jod und Astat habe ich einfach auf den beschlagenen Spiegel geschrieben. Finde also Bilder oder eine kleine Geschichte, in die ihr die Infos einbettet. Im vierten Schritt verbindet ihr dann die verschiedenen Logis zu einer einzigartigen Route. Das heißt, du prägst dir jetzt alle einzelnen Sachen ein, indem du alles miteinander verknüpfst. Ich wandere beispielsweise durch mein Bad, nehme mir das Jod aus den Medizinschränkchen, sehe dabei das Bromwasserfläschchen stehen, mache den Spiegelschrank zu, lese dabei Astat, was draufsteht, putze mir nochmal schnell die Zähne mit der Zahnpasta mit Florid und hüpfe in die Wanne mit dem Chlorbadewasser. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Im letzten Schritt merkst du dir die Loki und die Route und wiederholst das systematisch immer wieder. Du gehst also einzelne Räume immer, immer, immer wieder durch, bis du die Geschichten intus hast. Und damit hast du eine feste Verbindung geknüpft. Wenn du dann den Test oder die Klausur schreibst, kannst du mental durch dein Haus reisen und jeden einzelnen Raum abrufen. Studenten, die die Gedankenpaläste erstellt haben, schnitten den Tests deutlich besser ab, als die, die keine erstellt hatten. Der Grund dafür ist, dass unser visuelles und räumliches Gedächtnis ziemlich gut ist und Informationen mit solchen bereits existierenden Erinnerungen zu verknüpfen, erweist sich als effektiv. Wer sich als Untrainierter an dem Bau so eines imaginären Gedächtnispalastes versuchen möchte, fängt am besten erstmal klein an. So kannst du dir zunächst einmal einen einzelnen fiktiven Raum erschaffen, in dem du in verschiedenen Ecken Wissen zu einem Thema stapelst. Probier es ruhig mal aus, es lohnt sich. Zweite Strategie, Eselsbrücken. Du solltest tatsächlich auch Eselsbrücken so oft wie möglich verwenden. Unser Gedächtnis ist einfach nicht dafür geschaffen, sich pure, reine Fakten zu merken. Natürlich gibt es Menschen, denen das einfacher fährt als anderen. Jedoch ist es im Allgemeinen so, dass wir uns etwas einfacher merken können, wenn wir die Information im visuellen Gedächtnis, also zum Beispiel eine ungewöhnliche Situation oder im akustischen Gedächtnis mit einem Gedicht oder einem Reim assoziieren. Diese Art, sich etwas zu merken, wird im Allgemeinen Eselsbrücke genannt, da die Information nicht direkt im Gedächtnis abgerufen wird, sondern über den Umweg eines Merksatzes geht. Ein Beispiel aus der Chemie ist dieser allseits bekannte Satz zum Mischen von Wasser und Säure. Erst das Wasser, dann die Säure, sonst passiert das Ungeheure. Oder die vier fettlöslichen Vitamine. Edeka steht dann für die Vitamine E, D, K und A. Die Wirksamkeit dieser Methode wurde mehrfach durch Studien bewiesen. Je seltsamer und ausgefallener du die Eselsbrücken gestaltest, desto besser prägt es sich ein. Strategie Nummer 3 ist Rekapitulieren. Beinhaltet deine Klausurvorbereitung das wiederholte Lesen deiner Notizen und Arbeitsbücher? Damit bist du nicht allein, aber lass das lieber weg. Eine Studie ließ Teilnehmer einen informationsrechten Text lesen. Eine Gruppe wurde angewiesen, den Text ein zweites Mal zu lesen, während die andere Gruppe den Text nur einmal lesen konnte. Danach wurden sie mit einem Multiple-Choice-Test, kurzen zu beantwortenden Fragen und Textzusammenfassungen getestet, um ihre Fähigkeit, die Informationen zu behalten, zu beurteilen. Dabei fand man keine signifikanten Unterschiede in der Leistung zwischen diesen beiden Gruppen. Dies legt nahe, dass erneutes Lesen keinen Vorteil bringt. Besser ist es, Gelesenes aus dem Gedächtnis zu rekapitulieren. Das erhöht die Merkleistung ein Vielfaches. Strategie Nummer 4 ist Stressabbau. Ja, wir wissen, dass Klausuren nun mal stressig sind. Versuche aber trotzdem ein wenig Stress abzubauen, während du lernst und auch während der Klausur. Stress bringt deinen Körper dazu, Adrenalin auszuschütten, was deinen Herzschlag erhöht und dich zum Schwitzen bringt. Und etwa 20 Minuten, nachdem man in diese stressige Situation gerät, durchlebt der Körper eine verspätete Stressreaktion und schüttet das Hormon Cortisol aus. Dieses hängt sich an die Rezeptoren des Hippocampus, was das Fatale an der Sache ist. Der Hippocampus, mehrzahl übrigens Hippocampi, wir haben nämlich zwei davon, ist ein Teil des Gehirns. Genauer, das erstmals bei Reptilien auftretenden Archikortex. Er befindet sich am inneren Rand des Temporallappens und ist eine zentrale Schaltstation des limbischen Systems. Und dieser Hippocampus ist es, der verantwortlich dafür ist, Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis zu bringen. Zu viel Stress verhindert dann den Abruf von Informationen aus dem Gedächtnis. Wenn du also gestresst bist, wird es dir schwerer fallen, Gelerntes während der Klausur abzurufen. Also, atme tief durch. Aber einfach den Stress abzuschalten, ist leichter gesagt als getan. Deswegen brauchst du eine Lernmethode, die stressresistent ist und macht. Wissenschaftler empfehlen, sich selbst probeweise zu testen. Tests sind nicht nur eine wissenschaftlich unterstützte Methode, das Gedächtnis zu fördern, sie machen dich auch stärker und resistenter in Stresssituationen. Man fand heraus, dass wenn einzelne Probetests nutzten und dann stressigen Situationen ausgesetzt wurden, sie die gleiche Leistung ablieferten, wie diejenigen, die gar nicht gestresst waren. FMRT-Studien, also Funktionale Magnetresonanz-Tomografie, das sind die, wo man das Gehirn durchleuchtet, haben herausgefunden, dass Probetests die Fähigkeit des Hippocampus mit anderen Regionen des Gehirns sich zu vernetzen, verbesserte. Also, selbst wenn Cortisol einige Pfade beeinträchtigt, das Lernen mit Probetests erschafft quasi neue Pfade, um um diese Blockaden herumzukommen. Such dir also jemanden, der dich beispielsweise abfragen kann, sei es die Eltern, die Geschwister, die Mitbewohner, irgendwer wird sich da schon finden und übe einfach diese Testsituation. Strategie Nummer 5 Bewegung Fühlst du dich abgelenkt? Dann versuche es mit einem Mini-Workout. Studien zeigen, dass die, die für 15 Minuten Sport gemacht haben und danach eine Erinnerungsaufgabe machten, die Aufgabe deutlich schneller und besser abschließen konnten, als diejenigen, die keinen Sport machten. Auch ein kleiner Spaziergang kann schon einen Unterschied ausmachen. Also, will dein Hund vielleicht gerade eine Runde Gassi gehen? Strategie Nummer 6 Metakognition Nimm dir auch im allergrößten Stress eine Minute, um darüber nachzudenken, wie du persönlich am besten lernst. Metakognition bezeichnet die Auseinandersetzung mit den eigenen kognitiven Prozessen, also zum Beispiel Gedanken, Meinung, Einstellung, Aufmerksamkeit und Kreativität. Metakognition umfassen zum einen das Wissen und zum anderen auch die Kontrolle, also die Überwachung und Selbstregulierung über die eigenen Kognitionen. Studien fanden heraus, dass Studenten, die schlechte metakognitive Fähigkeiten hatten, die also Schwierigkeiten hatten, eigene Stärken und Schwächen zu analysieren, schlechter in Tests abschnitten. Daher guck einmal nach, wie du lernst. Implementiere diese Strategien. Du kannst viel effektiver und schneller lernen, wenn du weißt, wie du lernst. Wenn du beispielsweise weißt, dass du alleine am besten lernen kannst, dann schwänzt die Lernsessions mit deinen Klassenkameraden oder mit Studenten. Finde auch heraus, welcher Lerntyp du bist. Dazu habe ich dir oben nochmal ein Video verlinkt. Wenn du weißt, wo deine Stärken und Schwächen im Lernen liegen, dann hilft dir das auch langfristig weiter. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Buchempfehlung für dich. Gedächtnistraining. Durch effektives Gehirntraining das Gedächtnis verbessern. Da kannst du nachlesen, was Gedächtnistraining ist, welche verschiedenen Arten von Gedächtnistraining es gibt und die wichtigsten Methoden und Techniken. Und noch vieles mehr. Und wenn du das nächste Mal nicht wieder unter Druck lernen willst, sondern perfekt vorbereitet sein möchtest, dann schau gerne meine anderen Videos zum Thema Lernen. Und dann hoffe ich, dass dir dieses Video ein bisschen geholfen hat, du vielleicht ein bisschen entspannter bist und wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank.